hallo freunde und willkommen in diesem video ganz kurz und schnell gezeigt wie wir den dark modus für google play aktivieren es scheint dass bald jeder noch so kleine app ein dark modus bekommen wird liegt wahrscheinlich daran dass der dark modus aktuell zumindest beim user sehr beliebt ist wie es aussieht jedenfalls hat google play allerdings auch einen dark modus das können wir anhand weniger tipps auf unserem display aktivieren und zwar starten einfach die app hier playstore dann auf das menü hier tippen unter einstellungen und hier design und schon können wir hier zwischen drei modi umschalten wir haben aber hell dunkel und eben ob es wollte ich jetzt nicht hier system standard einstellungen ja hierbei werden einfach die ja das design vom android betriebssystem übernommen ja je nachdem wird konfiguriert ist halt und hell oder dunkel das gilt nur individuell für die app also unabhängig vom betriebssystem halt genau dieses dunkle modus beim oder dark mod beim android beim betriebssystem selbst das gibt es denke ich erst ab android 10 ab der version 10 also wenn ihr das umschalten wollt müsst ihr nachschauen ob ihr da ab der zeit beziehungsweise wie gesagt mindestens die 10er version und das kann man dann eben hier unter einstellungen auch ganz einfach aktivieren diese dark mod unter anzeige und helligkeit und hier haben wir den dunklen modus sagt und schon ist es aktiviert genau das war schon alles was ich euch jetzt schnell zeigen wollte ich hoffe dass ich euch weiter helfen könnte über ein like wenn es euch gefallen hat freue ich mich natürlich abonnieren nicht vergessen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dann ja 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 ja